Es ist der 23.02.2017. Es ist unser vorletzter ganzer Tag in Neuseeland, zumindest für das Jahr 2017. Wir haben heute einen ziemlich ruhigen Tag eingelegt, waren sehr lange am Strand. Wie hieß er dann noch? Waikawao, der vier Kilometer lang ist und wir waren fast die ganze Zeit alleine. Jetzt haben wir uns einen kleineren Strand gesucht, der auch wunderschön ist, sehr viele Möglichkeiten für Fotos bietet. Ich glaube, ganz in der Ferne dahinten sind ein paar Angler und unser Ruheplatz ist dort unter dem Baum. Heute Nacht hat es ein bisschen gerumpelt in unserer Unterkunft. Da ist irgendein Opossum auf dem Dach herumspaziert. Wir haben schon zeitweise an Geister geglaubt, aber das war dann irgendwann vorbei und wir konnten schlafen. Das Wetter ist herrlich. Wir sind jetzt richtig dankbar, dass ein paar Wolken aufgekommen sind, weil wir haben heute Morgen einfach zu viel Sonne getankt. Insofern ist das jetzt perfekt. ...